Wir sind jetzt auf dem 10. Tabellenplatz, wir sind jetzt auf dem 8. Tabellenplatz. Wir haben jetzt eine perfekte Möglichkeit, euch zu beweisen, dass wir dieses Hallenspiel für uns gewinnen können. Also hoffe ich auf ganz viel Support von eurer Seite aus und hoffe, so viele Leute kommen am Samstag wie möglich in die Halle. Bis dahin. Ciao.